Hey Leute, Rocket-Wochen auf meinem Kanal und natürlich auch auf der Skat-Insel und auf Euroskat wie quasi rund um die Uhr. Worum geht es bei diesem Turnier? Was macht das so spannend? Es geht um diesen fetten Jackpot, der das ganze Jahr überwächst. Und er ist in diesem Jahr schon nach einem Monat bei über 16.500 Euro. Und das bedeutet, wir peilen da sehr wahrscheinlich einen Höchststand an. Ich glaube, so dick wie in diesem Jahr wird der Jackpot noch nie gewesen sein. Wie kommt man ran an das große Geld? Wie qualifiziert man sich für das Jahresturnier? Nun, man muss zunächst mal die Wochenmission überstehen und das heißt unter die ersten 15 kommen. Es gibt ein paar Streichergebnisse, das heißt die besten fünf Ergebnisse zählen. Ich liege diese Woche schon ganz gut im Rennen. Dafür, dass wir erst den Mittwoch haben, habe schon eine 750 gespielt. Das ist auf jeden Fall ein super brauchbares Ergebnis. Zwei Ergebnisse über 500, eine 480. Ja, und hinten raus, die 122, die muss ich natürlich auf jeden Fall noch abfangen und vielleicht auch die 480. Aber dann so in Richtung 2.900, 3.000 Punkte, dann wird es hier für die ersten 15 reichen. Und dann bin ich in der nächsten Monatsmission, wo sich dann acht Leute direkt fürs große Finale qualifizieren. Ja, ich bin motiviert, euch ein paar von diesen Erlebnissen zu zeigen. Lasst uns mal in die nächste Serie gehen. Es geht immer über zwölf Spiele und natürlich um so ein hohes Ergebnis zu erzielen. Eine 500 aufwärts musst du einfach eben immer von Anfang an Vollgas geben und da kommen dann immer sehr interessante und kuriose Dinge bei raus. Ich zeige euch jetzt meine Serie von gestern Abend in 19.45 Uhr. So, also erstes Spiel. Bindekarte, Herz 8 oder 9, schon hast du Null-O-Vert. Auch wenn du sie nicht findest, irgendeine andere passende, kann der Null funktionieren. Wenn Herz eben hält, einfach vor dir hinter links bei Spieler 3 nur eine blanke Herz-Lusche steht, dann würde das sogar noch als Null-O-Vert durchgehen. Anyway, ich bin bei 24 raus. Pikant wird gespielt. Ich bin natürlich sehr interessiert. Man kann auch überlegen, hier natürlich vielleicht schon mal Herz-Ass aufzuschlagen. Aber wo ich keinen Trumpf habe, denke ich doch auf die Reizung von meinem Partner. Er hält 24, er geht auf 27 raus. Kann ich mit Karo vielleicht auch nicht so viel verkehrt machen. Ja, je nachdem, ob er jetzt halt auch Karo oder Kreuz gereizt hat, das weiß man natürlich hier am Anfang nicht so genau. Das gilt es ja auch so ein bisschen rauszufinden. So, also da haben wir erstmal noch nichts kaputt gemacht. Jetzt gleich schmieren. Ja, und dann Karo Bube. Karo Bube ist schon Ernüchterung. Dann ist es ja wahrscheinlich mindestens der Siebentrümpfer oder es liegt halt noch Trumpf drin. Denn unser Partner kann an sich höchstens drei Bauern und noch eine Trumpf-Lusche haben. Also drei Bauern, Trumpf 8 und 9 eher unwahrscheinlich. Jedenfalls Trumpf, Dame, König, Ass und 10 sind definitiv beim Alleinspieler. So, und Karo 10 ist damit auch weg. Ja, wenn man da ein bisschen drüber überlegt, kann man hier ehrlicherweise auch nochmal einmal raustauchen. Denn, dass unser Partner jetzt wohl noch die Trumpf 7 hat und den anderen Buben oder auch zwei Buben ist wohl anzunehmen. Auf jeden Fall, wenn wir warten, hätten wir hier ein Trumpfbild mehr eingesammelt. Ja, und tatsächlich nach diesem Stich komplette Ernüchterung. Ganz offensichtlich hat der Alleinspieler jetzt nur noch Herz in der Hand. Und es ist sogar der Achtrümpfer, wie wir hier sehen. Also Karo Ass an der Seite, eine Herz-Lusche. Und ja, da wäre tatsächlich ein Schneider-Frei nur möglich gewesen, wenn ich tatsächlich den zweiten Trumpfstich noch nicht mit der Herz 10 beschmiere, sondern noch auf dem Bild vom Alleinspieler warte. Dann wären, glaube ich, gerade 31 drin gewesen. Ja, nettes, nettes erstes Spiel, definitiv. So, zweite Partie für 18. Ich bin bereit. Ich kriege es für 18. Das ist ein Stück weit überraschend. Meistens muss man hier ein bisschen mehr investieren. Ein Ass gefunden, das ist so, ja, das Mindeste, was ich so brauchte. Es ist in der Hinterhand jetzt immer noch kein gutes Spiel. Ich entscheide mich hier, drei Augen zu drücken. Kreuz ist ja logisch. Der Null ist nicht viel besser. Der Kreuz ist auch teurer. Fünf Trumpf, zwei Asse, Farbe frei. Also muss halt Pik und Karo ein bisschen gut stehen. Jetzt kommt direkt Karo König raus, wo ich die Dame noch im Keller habe. Das ist natürlich ein unangenehmes Ausspiel. Meistens steht der Karo zu dritt. Andererseits wissen die anderen natürlich noch nicht, dass ich die Dame gedrückt habe. Und ich hatte hier ja auch während Spiele 1 so ein bisschen überlegt, hat schon mal Zeit, mir Gedanken zu machen, ob ich den rausnehme oder nicht. Und tatsächlich, es gibt ja auch immer noch die Situation, oft genug in meinen Videos selbst gesehen, dass man vorne aus König Lusche oder so ausspielt, also quasi, weil man nichts Besseres hat, einfach in den Zwilling reingreift. Also ich habe schon fast das Gefühl, das Spiel ist zu schlecht, um jetzt wirklich das Karo Ass rauszunehmen. Da mache ich mich halt doch sehr offen. Also mal wegbleiben und gucken, ob es sich hält irgendwie, ob es sich positiv entwickelt. Ja, und dann kommt dieser Stich. Also da kriegst du doch wirklich die Krise. Spieler 3 hat aus dem Drilling aufgeschlagen und ballert jetzt die Karo 10 ins Business, wo sein Partner quasi vermutlich doch ins Leere sticht, wenn ich jetzt nicht die Karo Dame gedrückt hätte. Also das kann ja Spieler 3 noch gar nicht wissen. Also echt übel, echt übel. Jetzt muss es aber wirklich rund laufen. So, wir haben drei Augen gedrückt. Das ist unser erster Stich. Wir haben mal einen Herzass geschnappt auf 24. Trumpf steht jetzt natürlich auch schon nicht mehr. 3,3 ist ja klar, ein Trumpf fehlt schon. Ja, wir müssen alle Augen in Herz rausnehmen. 24 und 11,35. Und jetzt gucken, dass wir irgendwie die Pik 10 bekommen. Oder die Herz 10. 45,47 und mit der Pflicht Dame auf 61. Boah, ey. Also das war ja gleich mal so ein Zittersieg. Da Herz 10 von Spieler 3 sicher eine eher fragwürdige Karte. Spieler 2 hat sich halt nicht getraut, aus der bestellten Pik 10 zu öffnen. Wenn er das tut, kann er hinten den König nehmen und dann nochmal Karo bringen. Also das Spiel war auf mannigfaltige Weise zu schlagen. Den Auftakt haben sie halt sehr gut getroffen. Obwohl der Viertrümpfer da ins Karo rein sticht. Aber mehr als 21 kann er ja auch nicht kriegen. Also der Wahnsinn geht hier schon wieder los. Und das macht Spaß. Auf solche Partien habe ich Lust, die sich dann so auf 61, 62 irgendwie hinzählen. So unerwartet dann noch eine positive Wendung plötzlich nehmen. Das ist das, was das Rocket ausmacht. Und ja, ganz ehrlich, auf Turnieren, die über halt längeren Zeitraum gehen, da hast du bei diesen Spielen einfach nicht so ein gutes Gefühl. Da muss man das schon genauer abwägen. Aber hier ist halt jedes Spiel ein Endspiel, wenn irgend so ein Ding hier mal umkippt, also verloren geht, dann kannst du die Liste halt in die Tonne treten. Wir müssen halt nur in Anführungsstrichen über zwölf Spiele durchkommen mit einem hohen Risiko. Und dann gucken wir mal, wie das hier funktioniert. So, Grange wird getauft. Natürlich sind wir interessiert. Karo Ass ist natürlich schon schade, kann offenbar nicht schnippeln. Ja, gut, vielleicht hat er noch die Karo 10. Vielleicht ist es eine Wimmelfinte, nicht ausgeschlossen. Aber wenn er jetzt alle Karos hoch hat, dann können wir ohnehin nicht gewinnen. Also falle ich da gerne drauf rein. Tatsächlich. Kreuz Ass hat er auch noch. Na, dann geht es hier natürlich jetzt wirklich nur noch um Schneider frei. Jetzt kommen noch ein paar Karos. Bauer müsste da auch noch sein. So, und da komme ich mit der Herz 10 auf Stich. Und oh, Leute, hat der gut gefunden. Herz, Bauer und Kreuz Ass. Also wenn man sich das hinterher anschaut, Vorhand hat wirklich einen Rotz gereizt. Und wirklich Kreuz und Karo Bauer und fünfmal Karo ohne Ass und Lusche. Damit erst mal eine hohe Reizung in die 30. Also der geht hier auch knallhart ran. All in quasi jede Partie. Also in der Reizung hat man das gemerkt, dass Spieler 1 hier auch wirklich dieses Rocket-Gen, also diesen Killer-Instinkt mitgenommen hat, da das Spiel zu reizen. Und deswegen bin ich auch bereit, jetzt hier dagegen zu reizen. Du musst halt auch mal mindestens jetzt den Herz oder Pik irgendwo den sechsten Trump finden oder nochmal sogar ein passendes Ass. Vielleicht kann es sogar ein Rang werden. Also bin ich auch bereit, hier ein bisschen was zu reizen. Und ich kriege es bei 23. Ich freue mich wie Bolle und denke, da muss doch Bauer Ass bei mir auch mal liegen. Ja, Kreuz, Neun und König. Heieiei, also diese Karte habe ich auch ehrlich gesagt selten. Da habe ich gar nicht sofort die Antwort, drückst du jetzt Herz 10 oder drückst du Pik 10. Ich entscheide mich jetzt doch in der Peak gefühlt ein bisschen mehr Stärke zu halten. So, klassischer Aufschlag. Eigentlich geht das ja auch nur bei Trumpf 3,3. Und okay, ich kriege Trumpf Ass. Das ist schon mal gut. Jetzt kann man überlegen, okay, ist das ein Zeichen, dass Trumpf 3,3 steht und der vielleicht beide Vollen hat oder irgendwie was. Oder ist jetzt vielleicht der Moment, sogar nochmal auf Trumpf hier zwei Absicherungen von unten zu ziehen. Und ich war wirklich ein bisschen unschlüssig, bin hier also am Überlegen. Aber meine Erfahrung sagt mir eben, aus dem Drilling kommt dann doch nicht so oft das Ass und häufig steht der zu viert. Spiel mal doch nochmal von unten und guck. Und es erweist sich hier schon mal als eine gute Idee. Da geht der Herzbauer rauf. Also offensichtlich jetzt blank der Herzbauer. Vier Trümpfe, Beispiele eins. Der behält jetzt auch noch Karo Bube und Trumpf 10. Also mal gucken, ob wir vielleicht im Endspiel auf diese Trumpf 10 schielen müssen. Eine Gabel mit beiden Trumpfstichen können wir dagegen nicht aufbauen. Aber vielleicht können wir auf die Trumpf 10 spielen. Aber das ist jetzt rein Spekulation. Erstmal nur wissen, so stehen die Trümpfe. So, fünf Augen haben sie. Das ist schlecht. Wir sind aufgeflogen und das ist zu wenig. Da müssen wir uns sofort trennen. Oh, Pik Ass macht natürlich wieder Hoffnung. Von dem Mann, der die vier Trümpfe hat, Herz Ass ist schon wieder schade. Fünf plus 14 macht 19. Ach, das sind erst 37. Das sind erst 37. Wenn er jetzt Pik 10 mit der Lusche sticht, haben sie nur 57. Jawohl! Leute, Leute, Leute. Ich gewinne das Spiel jetzt hier mit 63, weil... Und das muss man wirklich sagen, Spieler eins, okay. Also er reizt einen steilen Zahn. Aber er hat hier die vier Trümpfe. Also ich steche, ich werfe auf Karo 8 und Karo 9 die Herz 7 ab. Wie kommt er denn wirklich auf die Idee, jetzt das blanke Pik Ass zu ziehen? Da muss er mir ja mit Ansage den Drilling hochspielen. So viel kann man ja gar nicht beim Fünftrümpfer jetzt, dass ich nur Fünftrümpfer weiß er auch schon. Und Karo frei so viel. Was soll das für ein Bluff sein, wo ich jetzt wirklich nur einen Pik habe, wo dieses Pik Ass hier an der Stelle sind macht. Also das war definitiv ein Geschenk. Ja, der Mensch freut sich. Eben noch 61, jetzt 63. Wir sind hier ganz klar auf dem aufsteigenden Ass. Joa. Herz Hand. Mit stillem Schneider. Ich werde doch bis 40 gehen, ne? Ja, irgendwie habe ich mich dann aber, wo auch wieder beide schon Interesse zeigen, habe ich gedacht, das ist wahrscheinlich sogar schon komplett sinnlos, überhaupt noch 20 zu sagen. Wir haben hier nur rote Farben und wir können wohl nicht realistisch aus der Hand spielen. Bei aller Liebe, bei aller Fantasie, dass wir mit dem Kopf mit Anlauf gegen die Wand. So, beim Kreuz haben wir natürlich Interesse. Gut, er greift erstmal den blanken Pik Buben ab. Schade. Er hat drei Bauern. Dagegen war natürlich der Zug von oben genau richtig. Okay, er will gar nicht mehr aufs Trumpf Ass rausholen. Pik jetzt schon. Okay. 14. So. Ich brauche, denke ich, dass die H10 noch nicht rein, weil wir auf jeden Fall noch Pik Stiche machen. Aber das ist jetzt ungewöhnlich. Warum nimmt mein Partner die Pik 7 mit dem Ass mit? Es ist also offenbar nicht, dass der 3-3 steht, sondern eher Spieler 3, 4 Piken dabei hat. Sieht so ein bisschen so aus, ne? Aber warum hat er dann nicht Pik gespielt mit dem 7-Trümpfer, sondern den Kreuz-6-Trümpfer? Also da ist irgendwie schon, und jetzt, es ist nur der 6-Trümpfer, mein Partner hat noch das Trumpf Ass. Aber das ist doch jetzt auch wieder ein komischer Zug, denn jetzt kommen wir auf 50. Und jetzt kann der Pik 10 nicht mehr stechen. Jetzt reicht's ja nicht. Ich hätte gesagt, spiel einfach jetzt Herz Ass oder spiel Herz weiter, mach mal unterdurch, oder kleinen Karo. Und dann muss das immer für uns reichen. Aber jetzt wird's kurios. Der Alleinspieler sticht nicht. Der wirft ab. 56. Warum wirft er eine Stehkarte ab? In diesem Spiel, ich denke, ich werde verrückt. Ich hab's nicht so echt kapiert. Naja, was bleibt mir über? Spielen wir weiter. Hier kommt Pik 10. Da kommt Pik 10. Wir haben gewonnen, das Ding. Ja, was ist die Lösung? Hab ich jetzt hier in Skat geguckt? Nee, hab ich nicht. Ich hab mich wohl nur gewundert. Der Alleinspieler hat hier aus Versehen einen Trumpf gedrückt. Er hat einen 6-Trümpfer mit einem blanken roten Ass dabei, Karo Ass. Und Pik 10 zu viert. Also erstens, er hat wohl so gedrückt, als wollte er wirklich Pik spielen. Die Kreuz 10 runter und hat dann aus Versehen Kreuz angesagt, wo er jetzt plötzlich nur 5 Trumpf in der Hand hat und diese 4 Pik dabei. Also das war jetzt eine kuriose Variante. Hat sich Spieler 3 also komplett vertan. Und ja, es fühlte sich irgendwie super weird an schon, das ganze Spiel. Da war irgendwas im Busch. Das hab ich mir also hinterher nochmal angeschaut, ob mich da meine Sinne so getäuscht haben. Denn in dem Moment, wo der das Trumpf Ass gezogen hat, war ich hier schon wieder auf Betriebstemperatur, weil ich die 60 schon vor mir gesehen hab, indem er Pik 10 sticht noch mit meinem König und er einfach den Trumpf abzieht. Also es war natürlich von Spiele 1 auch wirklich nicht gut gespielt. Er konnte ja nicht wissen, dass aus Versehen ein Trumpf im Keller war. Das konnte er ja nur wirklich nicht wissen. So, nächste Partie. Nächster Anlauf. 15. Eine 10 freigespielt. Wie schön. Ich hab immer noch Interesse mit meinen 4 Trumpfen. Es ist nur ein 5-Trümpfer. Karo Ass sehen wir gerne. Allerdings haben wir jetzt natürlich das Problem, dass der wahrscheinlich im bestellten Pik Ass steht. Und wie sollen wir das jetzt verargumentieren? Wir haben keine Druckkarte, wir haben die Karo 10 nicht. Mal gucken, ob unser Partner die wenigstens hat. Nee, hat er nicht, dann ist die gedrückt. Wahrscheinlich hat er allein schon sogar noch den siebten Kreuz. Aber egal, ob er jetzt einen Trumpf und drei Pik hat oder einen Trumpf, den letzten Kreuz und zwei Pik. Unsere beste Chance ist, dass er irgendwie jetzt rausnimmt. Denn anders geht's halt nicht. Und ja, die Chance ergreift der Spieler natürlich auch. Und damit konnten wir eben nicht gewinnen. Damit war es im Aufschlag gewonnen. Er hat tatsächlich den Drilling-Pik und nur zwei Kreuze. Aber im Aufschlag wurde ihm da die 10 freigespielt. Und damit war der Drops gelutscht. So, Spiel 7. Ich sehe fünf Volle mit drei Assen in Vorhand. Ich bin bereit, ganz schön weit zu gehen. Muss ich aber gar nicht. Ich kriege es bei 20. Findung nicht so berauschend. Und ja, was sollen wir machen? Wir können natürlich irgendwie 14 drücken. Aber auf jeden Fall die Kreuz 10 können wir im Prinzip nicht drücken. Denn dann haben wir halt nur 53 mit den drei Assen plus Pik Dame. 56, wenn alles läuft. Selbst wenn wir jetzt noch einen Karo-König bekommen. Selbst wenn wir auf dem Kreuz ein Bild bekommen. Dann bräuchte man schon fast zwingend die blanke Pik 10. Also das ist eine Wette, die man eher nicht eingeht. Also ist doch die Frage, ob hier 14 Augen richtig sind. Und die zweite Frage ist, ob wir den Grang spielen oder den Herz. Und ich komme jetzt natürlich auf die Idee, gerade bei 20, weil die 20 stinken natürlich so ein bisschen. Es kann der Herz natürlich sein, nicht unwahrscheinlich. Aber es kann auch immer mal gut sein, dass er noch den kleinen Hebel über Karo rüber macht. Und deswegen kein Karo hat. Naja, und man kann es ja leicht ausrechnen, wenn wir den Kreuz-Doppelläufer eben sowieso brauchen. 28 und im Pik auch noch die Dame als Pflichtbild dabei ist. Dann haben wir halt schon mit diesen drei Stichen 42. Und dann brauchen wir gar nicht das Risiko gehen bei 14 im Keller, dass uns dann der Karo volle abhanden kommt. Also 21 gedrückt. Und natürlich ist der Grang das teuerste Spiel. Aber Grang ohne vier spiele ich ja so oft. Und Herz ohne zehn spiele ich doch eher selten. Und deswegen bin ich bereit, hier zehn Augen für euch, für die Show zu investieren, um zu gucken. Jawohl, 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 Herz ohne zehn. Also bringt nur 110 Punkte. Ab einem Pik oder Kreuz wäre das ja sogar logisch, dieses teurere Spiel zu machen. Bei einem Herz oder Karo wäre der Grang ohne vier, der genauso läuft, natürlich an sich die bessere Option. Aber wie gesagt, hatte ich jetzt gerade Lust zu. Habe ich diese zehn Augen also mal investiert. Ja, 110 ist einfach eine schöne Zahl. Hat man nicht so oft. Hebt die Stimmung, kommt Freude auf. Und ja, warum ich jetzt allerdings hier mit sechs Bildern plus dem Herz Buben im nächsten Spiel bestraft werde, das weiß ich jetzt auch wieder nicht. Ist doch alles immer ein bisschen unfair, oder was meint ihr? So, es wird sich wieder gekappelt. Das ist natürlich schon gut. Und 33. Ja, dennoch. Naja. Wenn das nicht irgend so ein Irrsinskrank ist, dann sieht es wohl mit meinem Blatt eher schlecht aus. Aber gucken wir. Wir haben ja schon hier wirklich wilde Sachen gesehen. Erstmal ist es schon wieder ein Wenzelstürzer. Bauern sind aber gekommen. Oh, und ich habe die drei Herz dagegen. Aber er ist zu stark. Er hat auch in Karo noch die vier Karos. Dann hat er vier Herz, vier Karos. Und mein Partner hat halt die dunklen Farben. Ja, Spieler 1 wieder. Wie gesagt, mit dem Rocket gehen unterwegs. Durch den Herz drin, den kommen wir immerhin. Also wir hätten sonst auch schwarz werden können. So kommen wir sogar aus dem Schneider. Hat hier wieder einen zelebriert. Hat er auch noch gut gefunden. Also einen Ass hat er noch gefunden. Aber ja, so musst du ein Stück weit dann halt beim Rocket auch agieren. So lange, wie das gut geht. Wenn du da eins von eins nur von verlierst, dann kannst du typischerweise die Liste ja dann auch abhaken. Dann heißt es auch wieder ein bisschen kleinere Brötchen backen. Und nicht mehr in diesen, sagen wir mal, auch Reizkategorien, die man auch leicht als ein bisschen unfair einschätzen kann. Jeden Springergang mit einer Farbe durchzupeitschen in Mittelhand und so weiter. Aber solange das gut geht, gehört das hier halt auch ein bisschen dazu. So, da kommt bei 22 der nächste Gang. Da wollen wir doch gleich mal die Gegenfarbe zeigen. Sieben Augen. Mal gucken, ob unser Partner noch einen Bauern hat. Herz Ass hat er schon mal. Oh, Karo Ass hat er auch. Ah, das ist schlecht. Das ist schlecht. Und es ist jetzt schon nicht überraschend. Es stellt sich auch raus am Ende. Das war wirklich auch wieder ein Saugrang. Aber da er hier jetzt an mein Pikvolles rankommt, gewinnt er halt knapp. Kreuz Ass 10 zu dritt. Drei Bauern. Aber er hatte eben wirklich auch noch diese Karo Dame zu dritt. Und diese blanke Pikdame in der Hand. Also wenn mein Partner da wechselt, nicht die Herz hinterher spielt, wo die 10 natürlich zugegebenermaßen im Keller ist, sondern dann ins Pik greift, dann hätten wir diesen Gang auch leicht vom Tisch nehmen können. So, 20 nochmal mitgenommen hier. Entweder für einen Pik oder mit der Kreuz 7 im Skat für 0. Aber es ist natürlich nur so ein bisschen Spaß. Schade eigentlich. Es ist so ein bisschen eingeschlafen. Jetzt sind wir nämlich schon ins Spiel 10. Das heißt, es kommen nur noch zwei. Ich habe ja mit einem 61er knappen Sieg, einer 63er knappen Partie und dann diesem Risikoding ohne 10 an sich den Boden bereitet, jetzt hier nochmal die fetten Früchte zu ernten. Aber im Moment hat Spieler 1 hier das Kommando übernommen. So, langer Weg. Erst das blanke Ass, dann auf die 27 ins Karo. Soweit, so gut. 22. Okay, hat er kein Herz mehr? Tatsächlich nicht. Oh, dann war Herz Ass ja auf jeden Fall eine gute Idee. Mein Partner hat vielleicht ein bisschen zu wenig reingelegt. 32. Oh, Karo hat er nicht. Das ist ja weird. Auf 27 gepasst und hat nur, oder auf 13 hat nur ein Karo. Dann war das eher so in Richtung Karo-Hebel. Und Spieler 1 konnte jetzt nicht mehr den, muss man auch sagen, leider an der Stelle langsam erkennbar, konnte jetzt nicht mehr den Karo mit 2 spielen aufgrund der Reizung, sondern den vielleicht etwas schwächeren Kreuz. Aber wir haben 58 und mehr gibt es nicht. Ja, was soll man dazu sagen? 514 für Spieler 1. Also bisher, seine Experimente sind allesamt gut gegangen. Und jetzt, ich meine, jetzt muss ich attackieren. Spieler 1 ist auch noch wieder dabei. Und ich gucke jetzt gerade, der hat 500. Muss der jetzt noch übertreiben? Ich habe es mir hinterher angeguckt. Also, was Spieler 1 hier für eine Mülltonne jetzt 27 gehalten hat, das ist eigentlich legendär. Also, wenn ich ihn spielen lasse, der hätte nun wirklich gar nichts gewinnen können. Können wir gleich mal im Spielverlauf ein bisschen seine Karte mit ranschauen. Aber für mich natürlich unangenehm, denn dieser, ich meine, immerhin komme ich jetzt ran für Herzhand und den will ich ja auch haben, weil was nützt mir hier eine 350er-Liste. Aber es ist jetzt natürlich alles andere als ein Gemälde, seien wir ehrlich. Gut, ich denke, bei 27, wenn er Karo gereizt hat, vielleicht eine Chance mit Karo als König hier in den Schnitt zu kommen. Und ansonsten, es kann was liegen, es kann gut laufen, aber das kann auch richtig leicht übelst nach hinten losgehen. Wenn er auch den Herz übrigens gereizt hat, die ganzen Trümpfe dagegen, dann weiß ich auch nicht, wie viel Potenzial das Ding abzuwehren ich hier habe. So, guckt euch das mal an. Das schmeckt doch. Das ist doch ein guter Auftakt. Also jetzt geht doch schon mal hier die Sonne auf. 25. 10 bei den anderen. Okay. Markieren so ein bisschen. Dann legen. Ja, 13 erst. Auf drei Augen die Piklusche los. Das ist jetzt ein bisschen schade, aber sie haben noch nicht viele Augen. 19 Augen erst. Und die Karoach kam sehr schnell. Das muss man sich noch mal genau angucken. Ähm, natürlich ist den Karo-König-Abwerf nicht attraktiv, weil man damit alles verrät und die 21 dann im Abstich sehr wahrscheinlich kommen. Aber andererseits, ich kann das Karo-Ass halt jetzt ohnehin nicht mehr verteidigen. Und sie haben ja noch nicht so viel, ne? Sie hatten jetzt 23, das haben sie irgendwo so was wie 46. Pik glaube ich ihm nicht, dass da hinten keiner mehr ist. Also das nehme ich ihm nicht ab. Ist auch nicht der Fall. Und ja, jetzt sind noch drei Trümpfe draußen und die geschmeidig stehen. Keine, nicht nur noch Pik 10 ist unterwegs, wenn die da nicht reingeht. Komm, jetzt wird doch kein Trümpf liegen. Einmal noch bedienen. Yes! Drin der Fisch. Und ja, es stellt sich raus, Pik 10 ist eben tatsächlich im Stock. Ja, und so. Also 69. Letzte Chance. Letzte Chance. Drei Bauern, aber nur Gemüse. Na gut, wir sind erstmal mit 18 dabei. Ich habe schon überlegt, wie weit kann man denn das Ding jetzt eigentlich reizen? Eigentlich gar nicht, ne? Und ich kriege es bei 18. Ich kriege es bei 18. Das ist eine Überraschung beim Rocket. Hep. Hm, okay. Das ist okay. Aber es macht natürlich noch keinen richtig guten Krank. Der Herz-Sieben-Trümpfer ist gar nicht so schlecht. Der geht meistens so auf 62 aus. 28 Karo, 15 ein Kreuz und noch ein Trumpfstich. So mal über den Daumen gepeilt. Oder sogar nur 57 dann. Solange da nicht auf der Blankenkreuz-Lusche 21 fallen, ist der meist gewonnen. Also da kann man übrigens natürlich auch Karo 7 und 9 drücken. Dann hat man das Risiko ein bisschen anders, dass im Peak irgendwie was passiert. Aber meistens ist der Herz gewonnen. Ich schaue jetzt aber schon, denn das ist natürlich interessant. Ein Herz zählt 20 Punkte plus die 50 fürs gewonnene Spiel. Dann komme ich also auf 534. Und der Grange zählt halt schon 28 Punkte mehr. Und das ist beim Rocket halt schon ein deutlicher Unterschied, ob du 530 hier hast oder 560, so sinngemäß. Und deswegen mache ich jetzt den Rang. Da darf nicht viel passieren. Vier Stiche darf Herz nicht zu dritt stehen. Und ja, man hat halt auch ein bisschen das Problem, wenn man rankommt, muss überlegen, eigentlich muss man den Buben ziehen. Dann kann auch schnell schon mal der blanke Herz rausfallen. Das sieht doch schon erstmal ganz gut aus. Oder direkt Herz unter durch ohne Bubenzucht. Dann hast du das Risiko, dass dir im Rückschub plötzlich das abgestochen wird. Also, ich ziehe den Buben. Sie haben erst 14. 28. Sehr gut. Karo Ass sehe ich gerne. Sie hatten noch nicht mal 14. Sie hatten erst 11. 25. Jetzt 39. Und plötzlich überlegt, Spiel 1, der wird doch nicht Pik Ass. Er hat kein Karo mehr. Karo steht tatsächlich zu viert. Aber er tut das Pik Ass nicht rein. Oder er hat es nicht. Und wir haben dann den Rang gewonnen. Ja, warum tut das Pik Ass nicht rein, weil er es nicht hat, ne? So, und das war jetzt wirklich Spieler 3 einfach. Der war satt. Der hat da in Hinterhand, wenn er aufgepasst hat, der hat da alle Vollen stehen. Das waren sechs Stück. Der hat da das Pik Ass, der hat Kreuz Ass 10, der hat die Herz 10 und Karo Ass 10. Also, normalerweise, wenn seine Liste nicht so tot ist, hätte er damit wohl gereizt. Also, hier habe ich jetzt auch ein bisschen das Glück des Tüchtigen, nenne ich es jetzt einfach mal. Dass ich das Ding wirklich bei 18 bekomme. Vielleicht hätte ich ja auch noch ein bisschen weiter gereizt. Aber letztlich, ja, waren die Aussichten, wenn da eine Gegenreizung ist, vielleicht nicht allzu gut. Und so haben wir wirklich, denke ich mal, aus dieser Serie das Maximum rausgeholt. 5,62 in der Eingangssequenz, wo ich euch den Zwischenstand gezeigt habe, ist diese Liste natürlich schon drin. Das ist die, wie gesagt, die ich gestern gespielt habe. Und ja, ich gebe auch zu, ich habe hier natürlich den Luxus, dass ich ein bisschen Cherrypicking betreiben kann und die Serien raussuchen kann, die wirklich gut gelaufen sind. Also, glaubt mir, es gibt hier auch üble Serien, wo solche Experimente am laufenden Band nicht funktionieren. Ich bin auch bereit, solche natürlich zu zeigen, solche Serien wisst ihr an sich von mir. Aber es macht natürlich noch ein bisschen mehr Spaß, wenn diese Sachen so funktionieren. Und man muss ja auch sagen, dass hier wieder interessante Reizungen und Partien dabei waren. Und deswegen denke ich schon, die Serie war prädestiniert, dass ich sie euch zeige. Also, Rocket, der heiße Stuff aktuell. Das Turnier, wo ich im Moment wirklich Laune drauf habe. Und ja, kommt mal mit dazu. Der Jackpot wird gefüttert. Und seht mal zu, dass ihr euch auch euer Stück vom Kuchen holt. Und ich zeige euch hier ein bisschen, wie es geht. Eigentlich nur Knüppel auf den Sachsgarten und hohe Ergebnisse rauspowern all in oder hot. Das ist der Spaß an der Geschichte. Also, Rocket Wochen bleibt dabei, bleibt dran und wie immer gut bleibt. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020